Weiter geht es jetzt hier bei Perl TV mit Notebooks und Zubehör und hier haben wir was ganz richtig schickes von HP nämlich und was ganz feines. Ja, HP brauche ich glaube ich nicht viel zu sagen. Die Marke kennt man weltweit. Das ist ein richtiger Name. Wir können Ihnen heute dieses HP Setbook 15 G3 zu einem absoluten Superpreis anbieten, weil es ein Refurbished Gerät ist. Das heißt, dieses Gerät war schon mal in Betrieb, wurde von einer Firma geleast und als die Leasingperiode vorbei war, wurde es dann zurückgegeben und wir konnten von dieser Leasingfirma diesen tollen Rechner für Sie ergattern natürlich zu einem Schnäppchenpreis, den wir Ihnen gerne weitergeben wollen. Der wurde dann eben, haben wir ihn dann weitergegeben zu unserem Partner, dem größten Refurbisher in Europa, immerhin. Da wurde dann nochmal alles richtig sauber gemacht, die elektronischen Bauteile geprüft und noch einen Dauerbelastungstest gemacht. Das heißt, Sie kriegen hier absolut einwandfreie Geräte. Erste Wahl, das heißt optisch und technisch einwandfrei. Für mich also wirklich nicht von einem Neugerät zu unterscheiden. Von denen haben wir natürlich nur eine begrenzte Anzahl, weil die können wir nicht nachbestellen. Aber ich bin immer sehr froh, wenn wir diese Rechner Ihnen präsentieren können, weil Sie hier eben zu einem Preis einen Rechner kriegen, der normalerweise viel, viel höher liegt. Der Rechner selber ist ein Setbook. Das bedeutet, dass hier, Setbook ist das Konzept von HP, die haben gesagt, okay, wir machen jetzt mal einen Laptop, wo wir die ganze Leistung eines Desktop-Rechners reinpacken wollen. Und das ist Ihnen hiermit gelungen. Diese Desktop-Rechner sind normalerweise riesengroß, stehen irgendwo unterm Schreibtisch oder klobig auf dem Schreibtisch. Das will keiner sehen. Hier ist es einem Laptop und zwar mobil. Die Leistungsdaten sind unglaublich. Sie sehen die hier eingeblendet. Wir haben 32 Gigabyte RAM, einen Xeon-Prozessor. Wir haben eine 512 Gigabyte riesengroße Festplatte, eine dedizierte Grafikkarte. Das heißt, eine extra Grafikkarte, die nur dafür da ist, sich um die Grafik zu kümmern. Es ist besonders wichtig, wenn man Spiele macht. Spielst du gerne auf dem Computer? Oh ja, super gerne. Und ich bearbeite auch gerne Bilder und so weiter. Also ich brauche auf jeden Fall viel Speicherplatz und einfach auch eine gute Grafik. Oder zum Beispiel auch früher in der Schule, da musste ich auch mal einen Laptop mit dabei haben. Und auch hier wäre das ja noch im Rahmen der Preise, weil das ja eben hier bei uns der TV-Sonderpreis ist oder vielleicht auch bei der Uni. Ich meine, das Semester geht ja auch bald wieder los und auch die Schule. Und auch da braucht man ja auch einen guten Laptop. Einen guten Laptop oder vielleicht können Sie, wollen Sie sich mal einen guten Laptop gönnen? Das ist wirklich hier die Creme de la Creme. Ich sage noch mal was dazu. Diana, ich gebe in dir mal eben, Sie sehen schon, wie flüssig das Video da drauf läuft. So groß? Oh mein Gott, irgendwie so schwer. Ich dachte, das ist wirklich schwer. Der ist nicht schwer, hat eine super Webcam drin und wenn du mal hier oben rauf guckst, an die Ecke, da steht ein Name. Der Name ist Bang & Olufsen. Bang & Olufsen, hier ist ein Bang & Olufsen Soundanlage drin. Womit wir also wirklich dann eben nochmal, also nochmal besseren Sound kriegen. Das ist wirklich wie richtig große Boxen, der Sound, der da rauskommt. Und wenn wir mal Spiele spielen oder einen Film gucken oder auch Videos nur einfach gucken wollen oder Musik hören, dann haben wir hier fantastischen Sound drin. Wir können mal ein Lied anmachen hier. Das gerne. Wo ist es denn? Da ist es. Jetzt haben wir es. Zack. Aber hör mal, wie der Sound da ist schon alleine, ne? Das ist unglaublich. Da meint man wirklich, man sitzt vor riesengroßen Stereo-Boxen, was wir hier tatsächlich eben an Sound rauskriegen. Also Bild ist fantastisch, Grafikkarte ist fantastisch, Sound ist fantastisch. Der Preis, der Preis ist wirklich fantastisch. Ja, der Preis, der liegt hier nämlich bei 849,99 Euro hier für unseren geprüften Versandrückläufer. Aber wie gesagt, hier haben wir alles überprüft und das ist perfekt für Sie. Und wir schauen jetzt einmal zu pearl.de. Dort sind wir bei 900 Euro. Also auch hier sparen Sie wieder ordentlich. Und wie gesagt, unser TV-Sonderpreis hier für Sie 849,99 Euro. Und Sie haben hier einen super Klang, eine super Bildqualität und dann auch noch so viel Speicherplatz. Und der sieht super schick aus. Ich meine, mit dem HP-Logo, das ist einfach auch ein Statussymbol. Ja, ja, es ist halt, die haben halt, tatsächlich haben Sie es geschafft, diesen großen Desktop-Rechner hier in einen schlanken, eleganten Laptop reinzupacken. Wenn Sie es vielleicht gesehen haben gerade, die unverbindliche Preisempfehlung dieses Rechners liegt bei über 3000 Euro. Und das kostet dieser Rechner, wenn Sie den neu kaufen. Heute bei uns eben als Leasing-Rückläufer bekommen Sie den für einen Bruchteil davon. Und das ist halt cleveres Einkaufen, weil man hier einen geprüften Leasing-Rückläufer bekommt, der für alles eben nochmal richtig aufgepäppelt wurde. Es ist ein 100% funktionierendes Gerät, zu einem Preis, den man normalerweise für so einen Starter-Laptop ausgibt. Ja. Man setzt sich ja immer irgendein Budget, sagen wir mal 700, 800 Euro, bleibt 850. Da kriegst du aber niemals die Band-Rollungs-Anlage, die Grafikkarte, die riesengroße Festplatte. Guck mal, was ist das für drei Amigos hier? Das sind die drei Amigos, ja. Bald sind sie wieder zusammen. Also richtig, richtig toller Rechner hier. Also den kann ich wärmstens empfehlen. Eine Top-Maschine hier zum Starter-Preis. Oh, was ist das für ein Amiga? Wer ist das denn? Oh, lala. Noch Amigo? Amigo. Also Sie sehen auch, ich meine, das sind jetzt normale Fotos. Das kann jeder, aber die Farben allein schon hier, die Kontraste. Alles ist fantastisch an diesem Rechner. Es ist einfach ein Spitzenrechner, den wir Ihnen hier zu einem TV-Sonderpreis anbieten können, der eigentlich unmöglich ist. Ja, da hast du vollkommen recht. Aber wir machen es hier möglich. Sie schauen gerade PölTV und Sie haben jetzt diese Gelegenheit, hier diesen HP-Setbook zu bestellen. Und das hier für 849,99 Euro sind. Unser TV-Sonderpreis für Sie. Und auf jeden Fall jetzt zum Hörer greifen, weil günstiger geht's gar nicht. Sie sparen 78% zur UVP dieses Rechners. Und das kosten die normalerweise. Aber weil es halt ein Leasingrückläufer ist, ein geprüfter Leasingrückläufer, können wir ihn zu diesem Preis anbieten. Den kann ich wärmstens empfehlen. Es ist ein Spitzenrechner zum Starterpreis, den Sie hier bekommen. Und wir haben von dem jetzt ein paar Stück, also ein gewisses Kontingent zusammen. Deswegen können wir es Ihnen anbieten. Ich finde es immer toll, wenn wir diese geprüften Leasingrückläufer anbieten können, weil wir da eben großen Rechner für kleines Geld anbieten können. Das stimmt. Und natürlich, wir brauchen alle Laptops zurzeit, ja. Auch für Studenten, für Kinder, auch für wir. Zum Beispiel zum Shopping auch gut. Das ist so ein großes Bild. Und auch zum Mitnehmen. Ich dachte, das ist so groß, das ist auch gut zum Filme anschauen, ja. Aber ich dachte, das wirklich wirkt viel. Aber guck mal, das ist wirklich light. Das bedeutet, Sie können das überall mitnehmen, zum Beispiel auch im Zug. Und dann einfach gemütlich was gucken oder auch Shopping machen oder Ihre E-Mails checken. Einfach super, super Geld. Ja, und der ist lieferbar. Das ist es ja auch. Das ist auch noch dazu, ne? Wenn Sie vielleicht in den Elektronikladen gehen, da sind ja die Regale wie leer gepustet, weil eben nicht so viel lieferbar ist. Aber wir haben hier unseren HP Setbook hier für Sie lieferbar. Und der kommt sogar noch versandkostenfrei zu Ihnen. Also besser geht's nicht. Das ist normalerweise ein Rechner, der steht bei Ihrem Elektronikfachhändler, Computerhändler in der Glasvitrine. Oh ja. Und den zeigen die gar nicht allen Leuten, ne? Da muss man schon vernünftig angezogen sein. Das ist ein Highlight, ja. Ja, für den Preis, überleg mal, weit über 3000 Euro, da kaufst du normalerweise ein Auto für schon. Also ein Starterauto. Hier kriegt man für 850 Euro einen fantastischen Rechner, der jeden Cent wert ist und noch viel mehr. Und diese Musik, das klingt super. Ja, und die Musik haben Sie eben nicht nur bei Musik, auch bei Filmen, bei Spielen. Das können Sie alles auf dem machen. Sonst sind ja Laptops immer so klein in der Leistung. Dann kriegt man bei Spielen eben so rucklige Grafiken, die sind nicht hochauslösend. Das sieht super aus an der Arbeit, ne? So siehst du aus bei der Arbeit. Ja. Du brauchst noch eine Brille. Noch nicht. Wir sind noch jung. Ja, Sie können sich jetzt hier auch unser HP Z-Book 15 G3 bestellen für 849,99 Euro. Unser TV-Sonderpreis für Sie mit der RF 1541 und der 569. Können Sie auch bei diesem Laptop auf Ihren Schoß halten und genauso tanzen wie Diana oder auch einfach mal der Arbeit nachgehen. Und das macht damit einfach super Spaß. Ja, es macht Spaß, auf einem vernünftigen Rechner zu arbeiten. Und das ist ein Spitzenrechner. Sie werden es nicht bereuen, wenn Sie den kaufen. Der ist lieferbar sofort. Sie brauchen nicht ins Geschäft. Sie lassen ihn einfach liefern. Der kommt zu Ihnen nach Hause. Versandkostenfrei. Das ist der absolute Wahnsinn. Also jetzt zum Hörer greifen und bestellen. Und dann ganz viel Freude. Und jetztamsalte. Dann haben Sie die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.